Gut, gut, gut. Also, Befehle sind erteilt, Phase beenden, Gimli bleibt und König Dein bleibt. Wow. Okay, Gimli, das sollte kein Problem darstellen. Das sollte auch kein Problem darstellen. Das könnte sehr schwer werden. Aber ich habe ja schon ein bisschen vorher gekämpft. Das heißt, viele Armeen sind da gar nicht mehr dabei. Und es ist noch nicht alles da. Oh, die haben den Rogasch. Nein, 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 nicht den Rogasch. Der Dein, was kann der denn? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mich zurückziehen? Ich würde gern... Ich kann nur nach unten scrollen. Na, egal. Versuchen wir es einfach. Ich meine, groß genug ist das Gebiet. Dann nehme ich diesmal statt dem Kriegshorn die Reparatur und probiere das nochmal mit der Festung. Das kann funktionieren. Die Festung muss nur durchhalten. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich erst bei der Festung auf die Türmeerweiterung gehen soll. Oder ob ich nicht darauf pochen soll, vielleicht dieses Mauerwerkerweiterung mir zu holen. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt bauen wir erstmal eine Festung. So. Schön zentriert mit Festung. Und da kommt das hin. Wie viele Gegner sind es? Alle. Okay. So. Und dann das, 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 das. Und das war's auch schon. Ich habe Ländereien verloren. Aber ich nehme dann lieber den defensiven Turm. Und die Heilung. Die Menschen aus Tal wären echt praktisch, aber das wird schon gehen. Sind die ausgerüstet? Nein. Neuer König. So. Hier hat's eine Ork-Höhle. Das ist schon mal sehr nützlich. Die werde ich mir nämlich holen. Gold, gold, gold. Brauche ich noch nicht. Dann ziehe ich mich zurück und hole die da. So. Die Bogenschützen können schon da runterrennen. Gut. So. Und jetzt könnt ihr gleich da runterrennen. Müsste gut sein. Und ja, dann schauen wir mal, wie das wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wegen alle Gegner. Eins, zwei, drei, fünf, ja. Wird schwer. Wird schwer. Aber theoretisch, sag ich mal, ist es machbar. So. Bogenschützen zerstören das hier. Und Bogenschützen. Zerstören das da. So. Dann macht's mal. Okay. Gibt's noch irgendwo eine Ork-Höhle hier in der Nähe? Da unten vielleicht. Obwohl das schon ziemlich weit weg ist irgendwo. Ah. Ich geh da jetzt mal nur mit dem Deinen hin. Der sollte das ja auch hinkriegen. Und stell mich hier defensiv auf. Genau. Weil der kann zur Not, glaube ich, entkommen. Oh ja, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Ich muss... Ah ja. Okay. Hat sich, hat sich schon erledigt. Hier. Die sind überall und nirgendwo. Der Dein versucht, die hier aufzuhalten. Das kriegt auch relativ gut hin. Werde ich die Miene verteidigen können. Ach, du Heilige. So, schnell auf defensiv. Dann halten die nämlich den Rora-Scupe nur auf. Der stirbt. Was ist mit dem los? Oh, die sind ausgerüstet. Lauf, 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 lauf. Schnell. Du kommst da hin. Bogenschützen. Greifen da an. Die greifen da an. Vielleicht kann der noch rennen und in die Mine abhauen. Wenn ich Glück habe. Was? Was ist denn da noch? Das ist doch nicht so. Oder haben die einen Katapult? Dein, komm schon, du überstehst es doch. Ich kenne dich doch. Bist doch kein Supernip. Na also. So. Genau. Diese komischen Typen besiegen. Das macht nichts. Dein kommt da raus. So, wir haben Auge. Doch, die haben das zerstört. Die haben da irgendwo. Irgendwo haben die da was. Ich weiß nur nicht wo. Und was. So, schön. Die Heilung drauf. Warte, das war knapp, Mann. Huhuhu. Sehr knapp. Ah, die sind alle ausgerüstet. Deswegen wird das gerade so ein bisschen knapp hier. Ah ja, Katapult. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Jaja, lass sie. Lass bloß anfangen. So, auf Zwergenmauern. Die holen wir uns. Und das ist Defender. Das verteile ich. Das ist sehr gut. Nur bestes Material. So. Oh, noch ein Katapult. Die müssen halt weg, die blöd Katapulte. Schieß doch. Ja, gut so. So. Das müsste trotzdem zum Verteidigen sein. Das müsste der Torbjahr theoretisch hier kriegen, oder? Oh nein, der kriegt sie nicht hin. Okay. Sei es drum. Kann man nicht ändern. Ist halt so. Die Truppen sind nicht viel zu weit weg. Ich will jetzt hier angreifen gehen und ein bisschen... Ja, siehst du, da sind sie schon. Ich will hier gucken, was ich vernichten kann, wo die hier sind. Dann müssen wir ja hier irgendwie... Dann baue ich es halt wieder auf. Ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Jetzt werden die Pärger ein Börbchen mitreden. Ja, redet jetzt mal mit. Verteilt euch mal so ein bisschen hier. Oh, die sind hier überall. Der muss weg. So, ein bisschen... Oh, ne, warte, was ist das? Verbündete werden geheilt und... Ja, okay. So, schön verteidigen. Dann die Bogenschützen hier weghauen. Okay. Was haben wir hier? Noch mehr Gegner. Ich baue jetzt hier hinten noch mal einen Axturm hin. Wo ist denn der Baumeister? Okay. Die werden das ja wohl irgendwie hinkriegen, dass die Phalanx nicht alle verrecken, oder? Jetzt sehen wir, wie er übrig bleibt. Und schützen euch jetzt auf! So. Ach, du heilige. Okay, ich muss unbedingt zurückkommen. Das wird sonst nichts. Das Problem... Okay, ich habe da noch. Ich darf halt nicht... Ist das ein Axturm? Ja. Ich darf halt nicht beide Minen verlieren. Wenn ich das mache, sind alle Baumeister da dann tot. Also die müssen überleben. Mindestens eine Mine muss überleben. Irgendwie. Ich würde echt gerne hier den Turm heilen, aber ich kriege es gerade nicht hin. So, die gehen auf die nächste Mine. Ich muss die Mine verteidigen. Die muss überstehen. Die muss das unbedingt überstehen. Unbedingt. Da gibt es kein Vertun. Ich könnte auch eine Esse bauen hier oder so, dass halt die... Ja, nein, nicht das Ding. Ich evakuiere die jetzt sicherheitshalber einfach mal. Da sind sie noch geheimnisvoll. Na komm schon. Okay, ich konnte es reparieren. Da bauen wir eine Mine. Dann können die wieder da rein. Dann bauen wir hier ein Axtürmchen hin. So. Ich würde die gerne alle heilen. Irgendwie. So, die Mine macht jetzt. Ich weiß nicht, wie viel sie produziert. Die haben wir interessant zu wissen. Oder produziert die gar nichts? Ha. Könnte natürlich auch sein, dass die gar nichts produziert. Aber die muss doch... Minen schafft. Gewährt Zugang zu dem Gangsystem. Na, er zeigt Rohstoffe und der nicht. Ah, der ist ja dämlich. Ja, okay. Okay, alles klar. Schade. Ich dachte... Ja, okay. Dann ist der Minen schacht gar nicht so nützlich. Na gut. Sei es, wie es ist. Ist egal. Was haben wir hier? Sieht nach Katapult aus. Oder... Ach, du große Güte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die... Du rennst einmal kurz raus. Und sofort... Boom, rennen dir da tausend Leute die Hütte ein. Ich meine, ich habe jetzt die starken Mauern. Das ist gar nicht so schlecht. Aber die Reiter, die haben so viele Reiter. Das ist ja eklig. Und leider gehen sie eher doch schon für den Minen sch... Oh, oh, oh. Oh, wird der rechtzeitig fertig? Ich glaube nicht. Ne, muss ich evakuieren. Der Feind ist leider überall hier irgendwie. Ich glaube, ich wäre eine Halle, der Krieger brauchen, um Fallangst auszubilden. So, der Turm da hinten verteidigt leider irgendwie jetzt gerade gar nichts. Du gehst wieder... Ne, warte, du gehst mal nach da hinten. Äh... Bald kriege ich die Zitadelle. Ich kann mich dann so Stück für Stück nach vorne. Macht eure Bögen bereit. Bringen. So, schauen wir mal, ob wir die Dunkelohrkrieger und denen muss alles weghauen können. Und dann machen wir den und du machst mal den hier. Bisschen Heilung, bisschen mehr Schaden. So, die bärtigen Brüder. Ich brauche unbedingt mehr Mine. Ich brauche halt mehr Geld. Das ist so das Riesenproblem, das ich derzeit gerade habe. Geld. Und da kriege ich nicht viel. Derzeit. Wo, wo, Gollum. Da unten? Könnte sein. Ah, schon wieder Minen-Sch... Okay, da ist nichts drin. Na komm. Oh, oh. Ich würde ja gerne ausbilden, aber ich bin dauernd damit beschäftigt, Mine neu zu machen. Okay, weißt du was? Das solltet ihr hinkriegen. Also, das erwarte ich von euch, dass ihr die hinbekommt. Das kann nicht so schwer sein. Dann bauen wir halt hier hinten noch einen defensiven Turm. Ist ja wurscht. Ist ja komplett egal. So, ich wollte eigentlich so was in der Esse hier bauen. Okay, die schaffen das nicht. Warum auch immer. So. Weil damit kann ich alles... Oh, jetzt kommen die Hobbits. Jetzt kommen die Hobbits. Haut es mal die Hobbits hier weg. Kann ich genau den gezielt angreifen? Nee, anscheinend noch. Oh, und die auch noch. Jetzt wird's eng. Jetzt gehe ich voll auf Defensiv-Modus. Oh, die Reiter müssen weg. Unbedingt. So, greift's da mal an. Greift mal an. Ihr dürft schon angreifen. So ist nett. So. Noch halte ich leidlich durch. Die Esse wird gebaut. So, ich würde gerne diesen... ...Zorn-Dingsbums machen. Damit die wieder geheilt werden. Die gehen jetzt auch zur Esse. Wenn ich bei der Esse kämpfe, habe ich vielleicht eine Chance. Vielleicht habe ich dann eine Chance, das irgendwie durchzuhalten. Die Türmschein haben sich ja schon wieder zerstört. Ist natürlich auch nicht gut. Habe ich hier Defensiv gedrückt? Ja. Boah, das war knapp. Sehr knapp. Aber ich glaube, auf Dauer wird das hier auch nix. Irgendwie. Habe ich so das Gefühl, dass das sich hier nicht zum Guten entwickelt. Aber wir wollen ja noch nicht aufgeben. Es ist ja noch nicht verloren. Noch nicht wirklich. Ich könnte diese schwarzen Pfeile benutzen. Ich weiß. Aber das Problem... Obwohl, warte mal. Kann ich die genau auf D machen? Das wäre hilfreich. Wenn die genau auf... auf den gehen würden. Naja. Ah ja. Six. Gar nicht so schlecht. So, die wertigen Brüder sterben wir gerade. Kann ich gerade aber auch nicht ändern. Ich kann die nur zurückziehen zur Esse. Vielleicht überlebt der Turm. Nope, natürlich nicht. Wir haben noch nicht verloren. Es ist noch nicht vorbei. Es sieht nicht gut aus. Aber es ist noch nicht vorbei. Zeigen wir Ihnen, aus welchen Stein Zwerge gemeißelt sind. Okay. Den Pfarrer hier können wir uns auch noch holen. Jetzt bin ich wütend. Dann gehen wir da hin. So, es wird langsam wieder heller. Das ist auch nicht schlecht. Und wir kriegen die Zitadelle. So, die bauen wir jetzt hier hin. Dann reparieren wir den ganzen Mist. Das Gangsystem baue ich jetzt einfach da hin. Das bringt mir leider nichts. Das wusste ich aber vorher nicht. Und dann bauen wir noch einen Turm. So langsam ich mit Katapulten komme, kann ich noch... Geht noch. Ist noch alles machbar. Ends. Okay. Der muss weg. Der End muss weg. Ganz dringend. Leider zerstört er noch die Mine. Jupp. War klar. Brauchen wir eine neue Mine. Da hat es einen Haldir. Der Gegner wird halt die ganze Karte haben. Aber ich kann es gerade nicht... Ich brauche Fallerns. Ich weiß, in den Comments wurde gesagt, hier bild auch mal die anderen aus. Die Hüter, die sind auch gut. Aber ich werde hier mit so vielen Reitern zugebombt. Das ist einfach nicht schön. Oh, defensiv. Boah. Zurück, zurück, zurück. Vielleicht kann ich sie noch retten. Oh, der Wächter. Okay, der Wächter, der... Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Aber ich habe hier das Katapultteil. Und hier werden Äxte geschleudert. Das kann was. Was machst du denn? Wenn der stirbt, dann schaut es böse aus. So, er hat sich gerade noch so eben heilen können, aber... Der schaut bitter aus. Ich weiß nicht, ob der das überlebt. Wo ist er denn? Wieso rennst du nicht? Renn! Ne, der stirbt mir jetzt. Das war's. Ah! Ohne den wird schwer. Und der ist sehr teuer. Leider ist der sehr teuer. Ich verliere auch die ganzen Bogenschützen. Das klappt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht so ganz. Da ist der Gollum. Glückwunsch. Kann ich mir eh nix leisten. Ja, würde ich gern. Geht halt nix hier. Die haben halt einfach zu viel Zeugs. Da geht einfach nix. Schaut euch das an. Ich glaube, das wird nix. Die haben die ganze Karte. Also so defensiv stehen und nix tun. Das funktioniert nicht. Das ist... Ne, 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 ne. Gegen fünf Leute ist auch sehr schwer. Sehr schwer. Sehr schwer. Also da haben sie noch mal ne Armee. Die richtig rein knallt. Aber hallo, die knallt richtig rein. So, was haben wir dann noch? Ja gut, dann machen wir noch schnell. Das sollte jetzt echt nicht schwer werden. Aber mit der... Solange die so gebündelt laufen, habe ich ein Problem. Und ich glaube, ich muss mich auch zu Dol Guldur zurückziehen. Sonst... Sonst wird das nix. Das ist sonst echt... Ah. Einfach nur doof. Naja, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Naja, ihr macht's das schon. So, ihr rennt da hoch. Doch, es ist wunderschön. So, haben wir alles hier. Eine Ork-Höhle. Oh mein Gott, nein. Ja, und natürlich müssen alle Leute wieder dahin rennen. Lasst doch die Orks da in Ruhe. Die machen doch nichts. Ist doch voll egal. Niemand interessiert sich für die Orks. Kein Mensch interessiert sich für die Orks. So. Oh nein, sie wollen eine Kaserne bauen. Hilfe. Und noch eine Kaserne. Doppelkaserne. Oh, da schon. Wo schießt's da hin? Die schießt jetzt nicht ernsthaft gegen die Mauer. Na, von mir aus. Dann schießt's gegen die Mauer. Wenn's euch glücklich macht. So, der ist tot. Ja. Könnte nützlich sein. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Könnte nützlich sein. Dann macht's mal eine... Kann der eigentlich da hochspringen? Nee, okay. Das wär lustig. Ich mein, je nachdem, wie du das programmierst. Ah, okay, nein. Weil je nachdem, wie man das Spiel programmiert, ob der nämlich die Höhenunterschiede auch als Weg rechnet oder nicht, muss man ja programmiert haben, ne? Könnte es sein, dass er einfach so, wupp, hochspringt. Aber nee, das hat EA berücksichtigt. Anscheinend. Und kann man nicht hochspringen. Okay. Ich mein, das wär super unrealistisch, aber es wär ganz lustig. Vielleicht ging das auch irgendwann mal und dann haben sie es gepatcht. Wer weiß. Ah, Töderli. Und tschüss. Wo ist der Feind? Da, Baumeister. Tötet den Baumeister noch schnell. Und tschüss. Easy. Easy. Easy peasy. War schon ziemlich einfach. Das zumindest. Dann speichern wir nochmal ganz kurz ab. So. So.